Yo Leute, was geht? Der Prime von den Primebuddy ist wieder am Start und heute gibt es wieder eine Hunde Paragon. Ich habe diesmal auch einen Kollegen mit dabei, kann der mal kurz hallo sein? Neee, hallo. Das ist der Glubschi, der hat auch einen eigenen Kanal, kannst du dir mal kurz vorstellen? Ja, der Glubschi von Elgum Beauty und vielleicht kennt ihr mich ja auch schon aus dem Glacos 3 Video, das letzte. Ja, wir zocken heute zusammen Paragon, ich habe auch hier gleich den neuen Helden Greystone am Start im Dragonlord Skin. Der ist ja neu, sieht auch sehr geil aus, wenn man sich den mal so anguckt, sehr episch. Aber der, wir nehmen Paragon auf, weil ihr das unbedingt wieder sehen wollt, weil ich da auch richtig Bock drauf hab. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Glubschi, warte mal, ich komm zu dir. Ja, okay. Erstmal besten zusammen auf eine Länge geben, dann können wir uns so gegenseitig ein bisschen beschützen. Ja, das ist am besten. Ach, du bist auch schon hier, moin. Gut, ey, jetzt gehen sie doch nice aus. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die rechte, ja. Auf die rechte alles, ja. Weil da sind Helden, mit denen würden wir gut klarkommen. Ich habe das jetzt echt seit einem Monat nicht mehr gespielt, ich bin da so raus. Und das Schlimme war, also eigentlich ist es gut, weil es gab ein Update, das war sehr gut, es hat alles ein bisschen verbessert. Die ganzen Menüs und so sehen jetzt anders aus, viel besser und so weiter. Ich habe da überhaupt keinen Plan mehr gehabt. Ich musste da erstmal wieder durchsteigen. Aber das Ding ist halt, ich war hier drin. Deswegen kann ich auch nie raus. Ich glaube, das ist jetzt mein drittes Spiel dann. So, komm her, du Bitch. Wir schnappen uns erstmal hier. Sei es mal klar, komm. Ja, bam. Also, man muss ja auch sagen, wir spielen gegen Box, ne? Hast du gerade abgestoppt? Äh, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, nee. Ey, den, den will ich haben. Den will ich haben. Nein, ich komme da durch. Ich komme da durch. Hey. Nein. Wieso? Ich wollte den haben, der war so fast wie zu rot. Du darfst nie da lang gehen, wir die Tür nur abschieben. Ja, ich weiß, aber. Nur ich wollte. Das war nicht ständig. Doch, das passt schon. Okay, komm, das war dein erster Special Move. Du wolltest zeigen, du bist nicht unsterblich. Du kannst mit uns mithalten. Ja, das kann man nicht. So, gut, ich gehe mal eben zum Harvester. Wo ist denn der überhaupt? Ich laufe mal eben dran vorbei, meinte ich. Ja, das kann man auch mal machen. Am Juggle verirbt man sich immer leicht. Ja, das hatte ich auch schon als Problem. Ah, das geil an einem neuen Helden Greystone ist, wenn der stirbt, sein Finisher. Er belebt sich wieder, fliegt von oben auf die Erde und gilt die Gegner. Das ist echt nicht gut. Oh, wunderschöne Blumen. Gut, dann würde ich sagen. Also, der ist schon an. Ich bin mir die Gemüse. Oh, mehr. Oh, fuck. Nicht kassieren. Ich kassiere mich mehr gut. Ich gehe mal eben zurück zum Base. Oh, ich halte hier rechts mal. Denn ich habe meine ersten Skills, boys. Was ist das denn? Ich muss eben gucken, wie ich den Skill. Ich hatte den einmal kurz getestet. Da habe ich erst mal auf Leben gemacht. Gut, let's go. Oh, ja. Also, ich gehe nach rechts, ne? Ja, ich bin doch schon. Achso. Ach, du lebst noch. Cool. Ich bin gleich dran. Ja, also, ich lebe wieder. Alter! Alter, nein! Uncool! Uncool! Warum sagst du das? Warum sagst du das auch mal? Du musst sagen, ich lebe noch. Komm mal mit, bleib du mal hinter mir. Ich gehe da rein. Vielleicht kannst du einen Kill bekommen. Also, ich hatte jetzt auch nicht unbedingt vorzugehen. Ja, weiß man bei dir nicht. Du gehst auch gerne durch den Turm und opferst dich. Ja, aber der war ja fast low. Ich komme halt nicht durch. Ich habe nur 48 Leben hier gerade. Die Bots machen mich easy fertig. Ja, ja. Jetzt können wir hier abbauen. Das ist scheiße. Aber unser Turm ist sicher gut. Ich muss sagen, dass der Skin hier, der Dragon Ball Skin von meinem Charakter, echt geil aussieht. Ja, das sieht echt neues aus. Der gefällt mir sehr gut. So, ich nehme mal das hier. So, diesen Move hier finde ich am besten, weil er wirklich einmal um ihn rum jeden Gegner damage macht. Das haut schön rein. So, komm her. Weg mit dem Spiel. Ja, aber. Gut, die sind jetzt, die sind alle auf der linken Lane gerade. Ich glaube, da sollten wir mal einen hinschicken. So, lass mal die Minions vorgehen. Lutsch ihn nicht wieder opfern. Ne, ne, alles gut. Ja, da war ich halt echt. Da kam der COD-Spieler in mir raus. Ja, das kenne ich. Ich wollte den halt echt unbedingt haben. Ja, ich weiß, ich bin dann auch immer so gierig, weißt du. Der Volk meiner langrennt, der noch ein Leben hat und ich krieg den nicht mehr. Boah, dann könnte ich, ich könnte so ausrasten. Okay, und raus. Ja, ich habe hier den ersten, nice. Gut. Ich muss sagen, Raystone gefällt mir sehr gut. Der macht ordentlich Damage und hat auch gelegen dafür, um sich in den Nahkampf zu stürzen. Und das Gute ist, er hat eine passive Fähigkeit, die ich hier gerade sehe, die ihm die ganze Zeit seine physische Rüstung und plus 100 Leben gibt. Alter, was ist nice. Oder plus 10, wenn ich konnte jetzt nicht so genau hinkucken, weil ich natürlich weiterkämpfen will. So, Achtung, der Trapper ist fies, deswegen ich jetzt nicht mehr am Weg. Was ist das denn? Hast du Hilfe, soll ich zu dir kommen? Äh, wäre nicht schlecht, ja. Au, 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 ich bin verleidigt. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Versteck dich mal kurz irgendwo, ich nehme den von hinten. Also nicht deutsch, verstehe ich. Na, das wollte nur sein, ne? Also doch ist hier alles ganz gut. Ich bin gleich da. Jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ne, ich komm. Ja, kommst du? Nein. Fakt, zu viele. Warte, bleib hinter mir, bleib hinter mir. Du sollst nicht wieder drauf gehen. Ich war noch im Battle-Modus, deswegen war ich nicht so schnell. Ja, ich weiß, aber nichts ist jetzt unnötig, noch mal stiebst wegen mir. Das wäre natürlich blöd. Scheiße, ich muss hier weg. Ach, unnötige Tote gibt es nicht. Ja, stimmt. Das sind alles Ehren-Tote. So, ich geh mal eben wieder in die Mitte, ne? Du musst gucken, wenn du genug Points hast, dass du die ausgibst für Karten. Ja. Also, ich hab schon sechs, da müsstest du eigentlich auch mich haben. Ja, ich hab die Rolle. Gut. So, den hat er sich gekillt, äh, geschnappt. Den hat er sich gekillt, auch da angesprochen. Was ist das denn? Alter, der hat gesessen. Oh, fuck, fuck, ich hab nicht mehr so viel Leben. Was ist das? Den schnapp ich mir aber. So, jetzt kommt gleich mein Special Move, Leute. Was mach ich denn hier? Jetzt kommt er, und zack. Bang, der ist doch mal richtig geil. Da hab ich auch gleich einen erwischt, glaub ich. Ich hab irgendwas gekillt, wenn's nur ein Minion war. So, komm her, ich muss jetzt auch, wenn das geil ist, wenn man sich wiederbelegt hat, man nach die Hälfte seiner Leben wieder voll und zieht dem Gegner noch ordentlich viel ab. Also, das ist echt ne gute Hälfte. Ja, die ist sehr gut, die gefällt mir dabei. Eigentlich sterbe ich in nem Spiel sehr selten, aber wenn's da mal passiert, dann hast du wirklich ne Fähigkeit, die dir hilft, ne? Ah, nein! Tu das nicht! Das tut nicht gut! Weiß Gott nicht, was ich nicht... Ich geh mal hin zurück zur Base, nicht wundern. Ich geh mich mal eben. Ja, ich müsste eigentlich auch mal zurück. Ich renn hier mit 74 Leben durch die Gegend. Was? Mach das nicht. Doch, doch, doch. Na, funktioniert's ja. Wenn du wieder da bist, dann zieh ich mich mal zurück. Gut, also ich komm jetzt auf die rechte. Wir müssen gucken, dass wir gleich auf die linke gehen. Denn da ist der Typ, der den gleichen Charakter hat wie du und der zerstört schon unseren Turm. Also wir brechen die da wahrscheinlich gleich durch. Also ich geh jetzt mit Marvin auf die rechte, danach kannst du auf die linke gehen, dann komm ich hinterher, wenn ich die hier besiegt werde. Alles klar, so Marvin ist schon da, dann mach ich mal nachgehauen. Gut, dann geh du schon mal zurück. Ich bin hier. Du meinst, kann aber seine Mutter von mir grüßen. Oh, her. Zack, so was haben wir hier? Er hört den Befeinden vorgesagt, ne, Energie schaden. Oh, das ist doch mal heiß. Der Schaden ist immer gut. Scheiße, ich komm nicht mehr. Komm, hol ihn, den Murfel. Ja, ruf den Hörner. Ich geh nach links. So, ich übernehme hier die Minions noch. Ach das. Hä? Ist hier eben wo ein Gegner gewesen? Ach, da war Grux, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich spiel das seit, seit Anfang März, wo es rauskommt. Oh, shit. Du, alter. Was ist, was ist? Ja, der hat mir gerade diesen Schuss reingehauen. So, den kriegst du zurück, du Sack. Ja, ich kann leider nicht zu dir kommen, weil wir sind hier gerade dabei, den Turm zu zerstören. Ja, alles gut, ich hab hier auch noch Verstärkung frei. Den haben wir gleich. Ich muss nur warten, bis genug Leute kommen und mir helfen. Dann kann ich durchbrechen, weil wenn ich jetzt alleine hingehe, da hab ich schlechte Chancen. Ähm, ja, ich brauch hier mal Hilfe. Das ist jetzt echt blöd. Ich würd da gerne... Ja, jetzt kommt Twin Blast, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich geh zurück zur Base. So. Ich hab nämlich wieder 5 Punkte, dann kann ich eben das machen, was ich möchte. Und dann können die mich nicht mehr so easy killen, denn dann hab ich sehr viel Leben. So, komm her. Das hab ich genommen. Aber wir verteidigen hier auch gerade Gruxlings. Aua. Jetzt hab ich den auf den falschen gesetzt. Das war gerade sehr schlau. Aber ich krieg das ja, glaub ich, wieder, ne? Das kann ich nicht mehr nehmen. Irgendwas zieht hier die ganze Zeit Hammer viel Mana. Was ist, was ist greif? Ja, sowas ist mies. Die Pulskanonen jetzt und bewirkt... Ach so. Ah, na ja, gut. Meine Fähigkeit anlässt die Mana-Verbrauch. Und damit dann abfeuerst. Dann verliert man Mana. Also, nach der Theorie, ich glaub mal, das stimmt. Würde es eben machen. Ja, aber ich hab nicht mal irgendwo gelesen. Vielleicht bin ich jetzt auf dem Weg zu dir. Ja. Du müsst aufbauen. Oh, fuck you. Das ist ein Gegner, ne? Du, 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 du. So, komm her. Ich schnapp mir den mal, der ist irgendwo im Jungle. Wo ist der? Achtung, bei dir ist einer. Ja, ich kämpfe gerade schon gegen einen. Ja, dann ist der das. Dann ist der das. Weil hier ist Toylander durch den Jungle gelaufen. Nur das Problem war, der ist verschwunden. Deswegen weiß ich nicht, von wo er kommt. So, Marvin, geh da nicht rein. Okay, ihr seid da. Dann mal ich ja mal ein paar Minions weg. Ich verschwinde wieder auf die andere Seite. So. So, ich muss die immer killen. Level aufstehen. Das ist nice. Suck. Ey, ich bin den Charakter wirklich ungeil. Der hat es richtig drauf. So, was mache ich jetzt am besten? Okay, wir haben schon mal einen feindlichen Jump zerstört hier. Das ist nice. So, jetzt. Aua, was ist das denn? Mann, ich kriege die ganze Zeit von irgendwo Sachen rein. Und ich kenne das nicht. Das ist unfair. Aua, hör doch mal aus damit. Scheiße, ey. Alles klar. Du musst ja gerade echt aufpassen. Ich habe so wenig Leben, ne? Dass ich das überlebt habe. Ich habe gerade auch nicht so viel. Oh fuck. So, komm ey, jetzt habe ich dich. Sack, ja. 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 Ich habe nur noch drei und fünf. Ich bin tot. nicht das ist jetzt was eigentlich auch noch nicht zu da ich muss zurück doch die ganze Zeit gerade hatte ich 154 Leben wenn die ganze Zeit zu wenig durch die gehen Prozent Prozent was ist das denn das kann man sich doch mal gönnen so wollen wir irgendwo zusammenhängen links brauchen wir halt welche Prozent dort aber ist da er ist jetzt eigentlich mal hier mit unseren Sammlern aus ich gehe mal zu einem mädchen dann guck mal beim linken vorbei ab durch die hecke die gegner sind gerade alle in der mitte ich gehe mal helfen erstmal schön geld abheben 230 youtube man ja hier habe ich wirklich alle überhaupt nicht mitgerechnet das haben wir so schön gesehen er liebte hat kämpft mit dem anderen ich möchte mich ein kick ihn runter und dann ist er gut so muss das sein ich bin auch leider schon einmal drauf gegangen durch den fehler von mir selber ich habe bis jetzt eigentlich du hast dich anfangs für uns geopfert das ist ein punkt ich bin immer noch so stolz aber ich habe die typen da direkt ganz eingefrießt ja junge du das war die ich habe ihn erwischt damit hätte ich gerechnet also wenn du herkommst hier kannst du so ein abstehen er ist ziemlich gut ja genau das ist der der fast totes aber ich habe gerade zurück er ist zurück gegangen ja aber wenn du lust hättest ich habe hier heute weil dazwischen ist ein turm da müsste ich dann durch und der kill mich dann sofort aber ich bin gleich da alter das werde ich verlieren nein der ist aber fast tot ich habe mich aber nicht ich habe mich aber er ist auch ein bisschen so gut in der Schuhe und so und so ich komme auch mal wieder erst mal weg da das ding ist so ich brauche ich brauche Hilfe wo bist du links alles klar ich komme ja sorry ich war gerade so konzentriert so gespitzt alles gut ich bin ich bin jetzt gleich zurück bei der base ich gehe mich da neu und dann gehen wir beide auf die linke wo du gerade hingehst ja ja können wir machen aber ich sehe gerade wir haben rechts auch gar keinen wir können wir können uns am besten unterstützen weil wir miteinander reden können oder kann ich das hier daraus gehen also ich komme jetzt auch nach links ja ich mache hier schon ein bisschen zum turm wir müssen jetzt aufpassen achtung vor den jungen haben wir alle in der mitte sind alle der will mich haben oder was ja ja lauf zurück lauf zurück da kann ich helfen machen ist auch hinter mir machen überholt mich ja dankeschön warum in your face du musst nie schneller schneller rennen können als der gegner nur schneller als deine freunde ist fast tot den kriegen wir ich bin gerade leider noch im battle modus scheiße man da kann ich nicht rein warte mal nein jetzt hat es auf den minion geschossen das war nicht mal seine ulti weil bei dieser fähigkeit kann er sich den gegner einfach mal so vor sich nehmen und dann bist du gefickt das ist das problem gut also wir warten hier am besten eben bis die minions kommen und gehen unter johle sind schon hier gut warte geht er nicht halt geht er nicht wenn er kommt im jahr der holt sich jetzt gut machen hat ihn okay der hat auch momentan ja 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 was vorsichtig ja 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 wahrscheinlich nein ich vergesse auch die ganze zeit mein schild anzumachen man jung ich habe ein schild ich benutze es einfach nicht aber manchmal denkt man da nicht dran so wie wir campen hier vor den turm was sind wir eigentlich die spiele oh fuck ich muss hier raus alter lauf um dein leben so ich bin raus so man jetzt stimmt doch mal wir haben rechts nur noch ein Turm ich gehe mal zurück und geht dann wir gehen gleich nach rechts ja ja einmal zurück leben ausfüllen und zerstören oh ähm ja okay ich bin schon zurück aber er macht das auch nicht ich gehe zurück dann skil ich mich neu und dann wir müssen ja ich gucken wie wir das hier machen unsere aufteilung ist halt mega kacke okay sind wir die fünf leute wo sind unsere fünf leute ich sehe die ganze zeit nur drei wir wissen alle nicht dass sie mitspielen wahrscheinlich unser turm hier ist auch schon ja super ich sehe es gerade die anderen fast auf der linken seite ist jetzt auch wieder einer der gerade schon zuschlägt wo ist unser team man die sind irgendwie alle die sind alle auf unserer lane die sind immer da wo wir sind das ist behindert ich gehe woanders dran ja ja okay das ist jetzt blöd das ist blöd Lauf Vorsicht von hier wo ich rauskomme ja habe ich gesehen wir sind jetzt zu dritt so komm mal hin geh drauf ja den habe ich ja den habe ich Alter dass man so lange in diesem Battle Modus ist und dann nicht rennen kann ne ja den hast du gut alter den habe ich sogar wirklich gekriegt yo ja du hast ihn kill Nummer 2 es läuft Du bist so stolz. Vor allem das sind einfach nur Bots. Wie läuft das denn mit den richtigen Spieler mal spielen? Ich sag dir das ist verdammt hart, aber es macht auch richtig Spaß, dass es halt nur so eine Aufwärmrunde ist, dass wir wieder reinkommen. Beziehungsweise ich überhaupt reinkomme? Ja, das... ja. Also in Smite bin ich bis jetzt deutlich besser, aber da habe ich auch mehr Zeit. Wenn du mich überlebt von dem, ich bin einfach nur ausgewichen. Das geht doch gar nicht. So, ich muss aufpassen, ich will nämlich meinen Special Move ansetzen, dafür muss ich sterben. Und das ist das Problem. Dafür muss ich erstmal sterben. So. Wenn wir hier E2 haben, dann gehe ich mal... Dieser kleine, miese Pisser hier. Echt. So, können wir uns mal hier das schöne Lager machen. So, ich gehe mal eben zurück zu Base, ne? Jetzt mal ein paar Geh-Punkte neu. Ja, zum Glück bin ich abgehauen, gerade kaum alle Gegner. So, nice. Das hat sich gelohnt. Gut. Also wir haben gerade echt das Problem, links ist einer, in der Mitte sind zwei oder drei und rechts ist wiederum einer und bei uns sind alle in der Mitte. Und ich gehe gerade auch in die Mitte hoch. Ähm. Ja, ich bin auch gerade auch auf und weg zur Mitte. Weil wir rechts halt zwei Patten. Dann gehe ich... Ja, jetzt opfert er sich alle, geht er doch weg. So, hoin. So, den hole ich mir jetzt erstmal. Den hole ich mir jetzt. Zack. Ja, ich habe alle in der Mitte gekickt. Äh, jetzt wird er aufgeräumt, oder wat? Wat? Jetzt wird aufgeräumt, oder wat? Na ja, jetzt habe ich hier gerade eine Dose Kampffspinat inhaliert, jetzt werden die alle gefickt. Alter, Kampffspinat. Der gute Kampffspinat. Da haben wir ein Rezept für Faragoo gemacht, da haben die Gegner keinen Strom. So. Das war nicht gut. Das war nicht gut, ich... Ich muss nochmal hier weg, ey, das ist gerade echt scheiße. Ich habe mir so viel gezogen, habe ich euch nicht mit gerechnet. Äh, irgendwie will von denen auch keiner rechtsverteidigen, also wir sind gekommen, beim zweiten Ton. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Oh, warte mal, wir haben Auer. Wir haben Auer. Ich bin gleich da, ich muss eben noch jemand töten, weil ich will nicht. Ja, wir können uns geholfen. Oh, so, na dann. So, jetzt muss ich aber noch da machen. Auer. 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 Ach, wir haben hier einen Kollegen. Ich muss sagen, dieser Charakter spielt sich wirklich sehr gut, man muss ja nur aufpassen, dass man nicht diese Ego-Trips macht und sich einfach mal versucht zu opfern. Auer. 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 Alter, das war hammer nice. Ich komme an, schieße auf den Typen, er ballert einfach weiter. Ich stelle mich zwischen ihm und den Turm, er schießt mich ab und dann kriegt er natürlich Stress vom Turm ab. Ja, ich muss mich hier gerade konzentrieren. Ich kann leider nicht wirklich zuhören. Alles gut. Ich habe gegen zwei auf einmal gekämpft. Und einen gekillt, der andere kill wurde mir geklaut. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Alles fürs Team hier. Zack. So, komm her. Erstmal weg mit denen. Gut, die sind alle in der Mitte, ne? Ja, kann sein. Auf jeden Fall ist er Party. Ja, gut, dann bleib du links. Versuch mal den Turm zu zerstören. Dann gehe ich jetzt mittig und notfalls opfere ich mich. Das einzige, woran ich mich halt echt noch richtig hart gewöhnen muss, ist, dass man so lange noch im Battle-Modus ist. Ja, früher war das so vor dem Update, dass du erstmal mit L2 und X den Battle-Modus beenden musst, ist, damit du rennen kannst. So, und jetzt geht das nicht mehr? Und genau das Problem hatte ich heute. Ich war im Battle-Modus. Drückt das die ganze Zeit, aber es ging nicht. Ich dachte, scheiße, Controller im Arsch. Nein, Update. Das war das ganze Problem. Alter. Ich muss mich halt noch dran gewöhnen, dass ich viel früher abhauen muss, weil die natürlich schneller angelaufen kommen als ich. Wie feige, die wir sind, hier, komm her. Dein Special Move kannst du dir sonst wo hinstecken. So, der hat er gut erledigt. Alter, jawohl, ich hab hier links jetzt drei. Zack, nice, die haben wir. Das ist doch ein bisschen viel. So, boom, jetzt sind es hier nur noch zwei. Wir haben nur noch zwei bei dir, warte ich komm. Ja, jetzt kommt noch einer zu dir. Ich bin auf dem Weg. Alles klar. Das Gute ist immer, wenn ich wenig Leben habe, ist, dass er sich den Gegner töten kann. Durch diesen Special Move. Normalerweise heißt das dann ja sofort, dass du rennen musst. Du schluckst hart wie deine Mutter. Also der eine, der ist fast tot. Ja, ich weiß, ich kämpfe halt gegen den anderen. Zack. Komm, mach n' Anker. Ah, also beide sind Loro. Ja, ich seh, ich seh, ich komm nur nicht ran, das ist das Problem. Ja, ich auch gerade nicht. So, den kriegen wir, den kriegen wir ja. Nein! Nice. Ja, gut zusammengearbeitet, du hast mir perfekt vor die Füße gekickt. Ich hab zwar nichts gemacht in dem Fall gerade, aber... Doch, was mit deiner Granate, die du jetzt gerade wieder schießt? Ne, hab ich eigentlich gerade gar nicht gemacht. Ich hab einfach nur normal drauf geschossen. Okay, da kann ich jetzt nicht hinterher gehen, ich bleib mal ein bisschen bei dir. Sag mal vorher Bescheid, wenn du losrenst, weil ich schieße hier gerade gegen die Kleinen und dann bin ich langsamer, als du. Achso, ja, ich muss grad wegrennen, weil mich so ein Minion kennen will und ich hab nur noch ein Leben. Ja, ich seh ihn, ey. Ich muss mal ihn lassen. Oh, jetzt hat er einen Abgang gemacht. Ich hab jetzt nicht nervös. Ey, Alter, aiming. Der Harvester ist voll und keiner geht hin, das sind auch solche Bergziegen, ey. Ich hab den auch gerade echt voll vergessen. Alle laufen vorbei, wir hören. Wer kommt denn da an? So, ihr habt jetzt erstmal eine Punkte bekommen. Gut, ich skimm mich mal eben. Komm, du machst einen Abgang. Nice. Ich geh nach rechts, ne, weil unser Turm wird gerade vom Gegner angegriffen. Jo. Und keiner geht da hin, deswegen mach ich das links. Ja, wir machen hier gerade links zu zweit. Okay, gut. Ja, jetzt hab ich hier auch schon wieder zwei Gegner. Ja! Scheiße, musst du nicht. Was ist denn Schlafrufe, oder was? Wir müssen uns echt mal einen Schlafrufe... Komm her. Ich geh auf! Ich geh die Wasser rein! Ich geh auf! Auf in den Krieg, ich geh auf! Die Oberlutscher wieder zurück an der Front, Mann! Oh, wir können rein! So. Gut, also ich hab hier meine Linie gesäubert. Oh, ich würd sagen, links ist doch ein Turm weg. Ich werd hier von so'n Pisser mit dem Raketenwerfer gejagt. Weißt du, wie geil das Gefühl ist? Alter, das ist echt mal. Egal, wo ich hinspringe... Egal, wo ich hinspringe, der kommt an mich ran. Greif die Minions einmal, die sind dafür da. Die wollen sterben. Die wollen scherben. Zack! Nein, ich... Ich geh auf! Mein Schlafruf! Ich geh auf! Alter! Da! Besuch! Party! Zack! Ich brauch Hilfe, Mann! Ich hab ihn! Oh, shit! Party! 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 130 Leben! Nein, was? Vicky! Was heißt du mich an? No! Ich muss mal zurück, ich hab zwölf Karten. Komm her, Mann, komm her! Du hast doch noch ganz wenig Leben, ne? Ja, wer freut sich darüber, das bin ich. Und hab ihn gekillt! Öpö! Oh ja! Fuck! Gut! So, gut verbessern können diesmal, so soll ich hin. So, ich mach links mal weiter. Ich hab fünf Punkte! Ich geh ihn zurück zur Base! Nice! Aber ich geh halt auch richtig selten zurück! Also, entweder geh ich zurück, wenn wir gerade echt hart gepusht haben und die jetzt, äh, ordentlich was verloren haben auf der Lane, oder... Du gehst zurück, wenn du wieder deinen Opfer-Move bringst. Ja! Opfer-Modus aktiviert! Was ist denn das für ein Ding-Ding-Ding da die ganze Zeit? Wie? Ich hab bei dem nicht aufgepasst. Logischerweise, ich spiel der ja gar nicht. Ach, das war so ein Spruch! Gut, also in der Mitte sind gerade alle von uns. Ich renne da wirklich hin und dachte, die schaffen das nicht, aber jetzt ist gar keiner mehr. Einer, weil ich gerade ein Damage hier raus war, oder? Das ist echt neu! Ja, ich, ich mach, äh, one-hit bei den kleinen Büchern. Okay, das mach ich noch nicht. Aber du musst ja auch nicht damage sein. Aber, das knallt echt rein, also... Zack! Weg mit dir! Wir dringen immer mehr durch, die haben wir gleich. Du bist auf der Seite gut! Ja, aber... Ich bin so... Oh, weg, hinter mir, hinter mir! Okay! Wie viele Kills hast du mittlerweile? 15, nee, 14, 15, 14, 14, 14. Alter, ja, wohl, ich hab fünf. Ja, komm, läuft bei dir mal. Das ist erst deine dritte Runde, wie du mir erzählt hast. Ja, das stimmt. Von daher, Alter, das ist gut. Ey, vier Leute von denen sind tot. Und zwei noch 40 Sekunden jetzt. Okay. Wir haben ordentlich Probleme. Wir ziehen hier gerade einen Turm. Oh, ne! Wir haben den mittleren Turm gezogen, sondern... Inhibito, oder wie die heißen. Ja, wir haben auch links einen weggenommen. Gut, ich komm links zu euch rüber. Alles klar. Der Bot ist ein bisschen verwirrt hier. Der kommt in meine Richtung und dreht sich auf einmal um. Und haut ab. Komm her, Alter, komm her, weil du willst... Ja! Nein, du willst vom Gluckzimmer zurückgehen. Nummer 6. So, komm, jetzt hauen wir mal richtig rein. Zack. Ich hau gerade ordentlich auf den Turm. Äh, hier auf den Kern. Ja, komm. Oh, ist das etwa das Ende? Das ist das Ende. Der macht nen Abgang. Und... Zack. Bam! Wollen wir schnell die Ulti raushauen? Wir haben gewonnen! Yeah! Ja, das war ne Runde, die ist ganz okay gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ey, immer hören nicht die wenigsten Kills. Gucken wir ihn dir mal an, ey. Ja komm, nächstes Mal gibt's da ne Runde PvP, würde ich sagen. Ja nun, ne? Äh... Ja, das könnte man eventuell mal angehen. Ja, komm, kriegen wir ihn. Auf jeden Fall war's das mit dem Video. Lasst gern eure Meinung dazu da. Daut nach oben natürlich, wenn ihr Lust auf mehr Paragon habt. Guckt auch gern mal bei Gluckzimmer vorbei, ich verlinke den natürlich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein! Oh, tschüss!